und herzlich willkommen zurück zu call of doom episode 2 map 3 ich bin nämlich gerade ein bisschen hier weil in dem namen einmal 23 und einmal 2 also sie seht ihr wahrscheinlich gar nicht haha einmal hier 23 einmal hier 21 kam ich hier komplett durcheinander call of doom 23 satzfolge 23 geschrieben aber gut sollte jetzt alles stimmen soweit von daher legen wir los mit einer der maps die eigentlich gar nicht so kompliziert sind aber am anfang erstmal komplett überfordern so vor allem war direkt am anfang hier von ins abgeklatscht wird aber egal was die können können wir schon lange so wir müssen nur aufpassen weil es hier von links oder von rechts oder von beider richtungen gleich irgendwelche hier fischer kommen genau das meine ich nämlich Nommation wir sind ein bisschen bis zu Hause ich sage ich sage ich sage gut ich sage ich sage ich sage ich sage ich sage ich sage Boah, Alter. Ich habe Angst, dass hier gleich irgendwas von hinten kommt. Gott. So, hier kommt gleich mal noch ein Hellnight oder sowas. Und hier raus lag gestoppt. Haha. Wer teleportiert sich hier denn schon wieder hin und her? Sag mal, was ist denn hier los? Hallo? Hm. Ah, gut. So sieht es nämlich aus hier, ihr kleinen Ficker. Dachtet ihr wohl, ihr könnt mich überrumpeln, ne? Oh, jetzt würde ich aber hier mit Bitten aufpassen, hier. Da hat mich jemand eiskalt getroffen, ich glaube es ja. Und der Rose hat überlebt, oder? Ja, er hat überlebt. Was auch sonst. Schon ja drauf machen. Hä? Hallo, 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 hallo. Dann halt nicht. Hä? Moment mal, ist er hier? Hä? Ist er doppelt? What? Das macht jetzt ein bisschen Angst. Kann sein, dass irgendwas ersetzt werden sollte, aber stattdessen einfach nur hinzugefügt wurde. Geht mir fast so noch aus. So, was sollt ihr denn hier? Ach so, Kacke. Es gibt nichts Schlimmeres als Lost Souls. Achso, na gut, als Pain Elemental, klar. Aber jetzt, äh, die sind ja so schlimm, weil sie Lost Souls versprühen. Äh, geh ich da rein? Ja, komm. Natürlich schon eine Ladung Schaden bekommen. Ha, ihr Loops. Danke sehr. So, damit haben wir schon mal die blaue Karte. Da gehen wir nicht durch. Macht keinen Sinn. Und noch weniger Freude. So, hier haben wir jetzt alles. Ich meine, ich könnte auch hier vorne in den Raum reingehen. Die Frage ist, das lohnt sich eigentlich nichts. Da ist nichts, was mich irgendwie hart interessieren würde. Nee. Eigentlich gar nichts. Nee. Nee, der Raum hier lohnt sich nicht. Ich meine, okay, da wäre einmal so eine ABC-Rüstung drin, äh, so ein ABC-Anzug drin, der uns hier vor dieser grünen Pappe rettet. Oder schützt. Aber ganz ehrlich, wozu? So, stattdessen, aufgehen hier bitte. Hör mal, die Typen überleben müssen, ey. Ist doch... ... ... ... ... ... ... ... Nein! Oh! Tastaturbelegung des Grauens, ey! Das ist ja schlimm! Das ist ja schlimm! Danke! Das wollte ich! Oh! Einfach mal die Klappe halten! Na! Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten! Oha! Wo kommt der denn her? Oh! Zwei saubere Schüsseln und der Typ ist weg! Oha! Irgendwie habe ich die die Gegner anordnen hier ganz anders in der Änderung! Hat uns grad noch gebissen? Ein Hurensohn! Okay! Wachen alle geladen! Dann würde ich mal sagen... Easy! Die Map ging grad viel schneller als in meiner Änderung! Nice! Nice! Ja! Äh... Ja! Die dann morgen, ne? Ja! Schick ich mal so! Bis dann! Das ist dirrr, Vielen Dank.